hallo und willkommen zu meinem neuesten video tutorial zum magix video deluxe 2014 heute zeige ich euch wie ihr das audio also den ton aus euren videos herausbekommt oder das ganze separat zur bearbeitung bekommt ich habe jetzt schon ein video vor mir eingeladen das spiele ich mal ganz kurz an also braucht da jetzt nicht viel hören das ist kleiner vortrag von mir ganz einfach also jetzt mehrere möglichkeiten möglichkeit eins ist ihr wollt nur das audio eines videos gespeichert haben dann könnt ihr ganz schnell einfach datei film exportieren als audio mp3 oder audio als wave einfach speichern dann habt ihr den sound aus dem video als eine audio file gespeichert das ist sehr einfach so das zweite man kann auch hier im magix video deluxe die tonspur von der audio wo die ton von der videospur trennen dafür müsst ihr unbedingt hier in den timeline modus wechseln und das video anklicken damit aktiviert ist und dann habt ihr hier neue objekte und drückt einfach auf gruppen auflösen dann habt ihr oben in der gruppe weiterhin das video und in der neuen gruppe auf der zweiten spur euer sound jetzt könntet ihr den sound also einfach löschen und hättet ein stimmiges video könnt auch sonst wie damit arbeiten dass euch überlassen das war es dann erstmal ich hoffe euch hat mein neuestes tutorial gefallen bis zum nächsten mal euer masterfield 2000